beim experimentieren zu affen gewonnen aufzeichnungsgerät aus dem labor abspielen laborausrüstung verpackt und transportbereit die frage ist was passiert jetzt mit euch wollen die infizierten einschläfern wie ich das finde scheiße ist das ihr habt euch mehr eingesetzt als sie ja gut dass wir die affen nicht angefasst haben er hat nicht gesagt wo sie sind ich weiß suchen wir weiter mal gut dass wir die affen nicht angefasst haben dass wir gerade aufgefallen dass mein sound eben übel leise war aber ich kann es zum glück lauter machen ich habe es jetzt mal auf wieder auf normale lautstärke gemacht so muss ich dann nachher mal ein bisschen schnippeln los oh video sequenz ach shit wenn sie die firefly suchen sie sind weg was du nicht sagst ich bin tot oder bin es bald ich hatte zeit nachzudenken es gab jahre da schienen wir etwas zu ganz der scheiße reine zeit verschwinden das nicht mitmachen die anderen suchen sie sind im st mary krankenhaus in salt lake city sie finden sie dort dabei die welt zu retten viel glück damit weißt du wo das ist ich kenne die stadt ist es weit weg das ist ziemlich weit vielleicht mit einem pferd was sind das fireflies das sind dann wohl keine fireflies wir haben ein ziel machen wir dass wir weg kommen genau wir haben ein ziel machen wir dass wir weg kommen oder ist was oh ja baby bauen wir uns davon noch eins oder machen wir uns ein molotov wir bauen uns noch eins so meine lieben freunde wo seid ihr denn wo habt ihr euch versteckt moment mal war das kommen wir hier nicht her auch wie ellie mit ihrer kleinen waffe da rumläuft ist das süß naja wir kommen daher ok ok den haben wir ne axt geil oh 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 naja schön mit der axt sich schlagen so funktioniert das nämlich wo sind denn die anderen gibt es hier noch mehr sieht nicht so aus sieht nicht so aus oh fuck viel zu viele was was war denn das denn das war ein headshot oh shit Schraufflinte oh oh ja so funktioniert das mein freund wo ist der andere ich sehe ihn nicht hä hä oh frisst das ja ja ist doch gut heul doch nicht rum ey warum sehe ich denn die nicht sind die zu leise dafür dass man sie sehen kann oder was wahrscheinlich sind sie schon weg hier fahren sie wahrscheinlich oh guck mal hier oh oh da ist grad was lang gelaufen ja du bist meiner du bist meiner der nächste ist glaube ich da hinten da ist der andere da ist der andere da sind sogar zwei andere da ist der andere oh man sei doch ruhig elli jetzt gibt's halt auch schlimmeres so du bist meiner da der nächste ist glaube ich da hinten bringt natürlich nichts wenn ich meinen Kopf so bewege oh der kommt hier gleich um die Ecke oh der hat eine Axt der Drecksack ja dankeschön wechseln wir natürlich die Axt gleich aus schauen wir mal wie es jetzt hier weiter geht kommen bestimmt noch ein paar Typen noch nicht oh fuck oh Mistpenner ey gib mir die Schroflinte oh scheiße Hilfe in dem Arschloch weg von mir oh nein der hat mich erwischt Hure gibt's ja wohl nicht so ein Drecksack hat er mich einfach erwischt was soll ich denn da in dem Augenblick machen hm gar nuscht ah friss oh scheiße Schroflinte verpiss dich doch geh weg von ihnen was wollen die denn von uns wechseln ah ah ach ach scheiße ist doch kacke ist das doch ist doch einfach nur scheiße wisst ihr jede Kugel muss sitzen deine Mutter muss sitzen oh scheiße ach man ey ich kann mich da ja nicht mal richtig verstecken hier ist das zum Kotzen manchmal mit dem Scheiß hier oh einer kommt jetzt gleich her was zum ja ja ok hm 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 ah ne mit der Axt ist er gleich tot da mach jetzt hier keine Mucken perfekt ah fuck das war echt ein Schuss zu viel beziehungsweise zwei Schuss zu viel gut gut dass die die ganze Zeit so eine Muni fallen lassen ah ach komm hör auf hier ey ja 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 los oh ah nein sch oh scheiße oh, nein oh, nein oh, nein was soll ich jetzt tun? äh was Du musst mich hochziehen Okay, bereit? Eins, zwei, drei Oh Alles voller Blut Gehen wir einfach zum Pferd Ich hab bloß den Revolver, oder was? Ja, ich hab bloß den Revolver, ich kann nichts weiter nehmen Joe, wie geht's dir? Es geht, es geht Kommst du durch das Fenster? Ja Okay Komm schon, hoch Schon entdeckt Okay, du bleibst hier Ich komme dann von der Seite Oh 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 Alter, ist das geil gemacht, Leute Wir müssen dich hier rausschaffen Ich bin okay Das bist du nicht, Joe Und jetzt komm Ah, wie viel Blut er verliert, ey Der kann doch gleich gar nicht mehr Mach schon Ja, ja, ist ja gut Ich versuch doch mein Bestes Schnell Oh Mann Überall Blut Nur weiter Gleich kackt er ab Halt dich fest Nein Kannst du laufen? Ja Dann lauf doch auch Oh Mann Oh Mann, der kratzt doch gleich ab, oder was? Oh Alter Oh Wow Nice, Ellie Nicht schlecht Ich finde cool, wie der Sound sich verändert Von Ellie so Weil er nicht mehr richtig hören kann und so Wann wir das schaffen Willst du für mich singen? Träum weiter Warte Ich öffne dir die Tür Das wird Zeit